Der große Preis von Bahrain 2016 fand am 3. April auf dem Bahrain International Zirkoui in Assachir statt und war das zweite Rennen der Formel 1 Weltmeisterschaft 2016. Bericht Nach dem großen Preis von Australien führte Nico Rosberg in der Fahrerwertung mit 7 Punkten vor Lewis Hamilton und mit 10 Punkten vor Sebastian Vettel. In der Konstrukteurswertung führte Mercedes mit 28 Punkten vor Ferrari und mit 29 Punkten vor Williams. Beim großen Preis von Bahrain stellte Pirelli den Fahrern die Reifenmischungen P0 Medium, P0 Soft und P0 Super Soft sowie für Nesse Chintorato Intermediates und Chintorato Fullwets zur Verfügung. Bei McLaren gab Stoffelwandon sein Debüt in der Formel 1 Weltmeisterschaft. Er ersetzte Fernando Alonso, der wegen Verletzungen im Brustbereich, die er sich bei einem Unfall beim großen Preis von Australien zuzog. Keine Starterlaubnis der FIA erhielt. Die DRS-Zonen blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Messpunkt für die erste Zone befand sich 10 Meter vor Kurve 9. Die Zone selbst begann am Anfang der Gegengeraden. Genau 50 Meter nach Kurve 10. Der Messpunkt für die zweite DRS-Zone befand sich 108 Meter vor Kurve 14. Aktiviert wurden durfte das DRS dann auf der Startzielgeraden. 270 Meter nach Kurve 15. Auch wurden keine baulichen Veränderungen an der Strecke vorgenommen. Max Verstappen, Markus Eriksson, Kimi Riekön, Vettel, Valtteri Bottas, Jenson Button, Romain Grosjean, Hamilton, Rio Haryanto, Nico Hültenberg. Daniel Kavellat und Felipe Nasser gingen mit Strafpunkten ins Rennwochenende. Mit Felipe Massa, Vettel, Hamilton und Button traten vier ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an. Als Rennkommissare fungierten Paul Gutjahr, Metzen, Alhilly, Roger Pirt und Derek Wawik. Im ersten freien Training erzielte Rosberg in 1 zu 32.294 Minuten die Bestzeit vor Hamilton und Riekön. Im zweiten freien Training fuhr Rosberg in 1 zu 31.001 Minuten erneut die Bestzeit vor Hamilton und Button. Grosjean verlor nach dem Fahren über die Curbs einen Teil seines Frohtflügels. Einen ähnlichen Vorfall hatte es bei ihm schon bei den Testfahrten vor der Saison in Barcelona gegeben. Vettel stellte seinen Ferrari mit einem Defekt an der Radaufhängung rund 15 Minuten vor Ende des Trainings am Streckenrand ab. Kevin Magnussen ignorierte wegen eines Missverständnisses die Aufforderung der Rennleitung, sein Fahrzeug wiegen zu lassen. Daher muss er das Rennen aus der Boxengasse starten. Im dritten freien Training fuhr Vettel in 1 zu 31.683 Minuten die Bestzeit vor Riekön und Rosberg. Das Qualifying bestand aus drei Teilen mit einer Nettolaufzeit von 45 Minuten. Im ersten Qualifying-Segment hatten die Fahrer 16 Minuten Zeit, um sich für das Rennen zu qualifizieren. Alle Fahrer, die im ersten Abschnitt eine Zeit erzielten, die maximal 107 Prozent der schnellsten Rundenzeit betrug, qualifizierten sich für den Grand Prix. Nach sieben Minuten schied der erste Pilot aus, dann im Abstand von 90 Sekunden jeweils ein weiterer. Bis am Ende des Segments noch 15 Piloten übrig waren. Rosberg war schnellster. Die Sauber, Manor und Renault-Fahrer sowie Peres schieden aus. Der zweite Abschnitt dauerte 15 Minuten. Die schnellsten acht Piloten qualifizierten sich für den dritten Teil des Qualifyings. Nach sechs Minuten schied der erste Pilot aus, dann im Abstand von 90 Sekunden jeweils ein weiterer. Hamilton war schnellster. KW hat die McLaren, die Haas und beide Toro Rosso-Piloten schieden aus. Der finale Abschnitt ging über eine Zeit von 14 Minuten, in denen die ersten acht Startpositionen vergeben wurden. Hier schied nach fünf Minuten der erste Fahrer aus, erneut im Abstand von 90 Sekunden jeweils ein weiterer. In den letzten Minuten des dritten Abschnittes blieb die Strecke erneut leer, da alle Fahrer, die ihnen zur Verfügung stehenden, Reifensätze aufgebraucht hatten. Hamilton fuhr die Bestzeit vor Rosberg und Vettel. Es war die 51. Pole Position für Hamilton. Bereits in der Einführungsrunde gab es zwei Ausfälle. Vettel stellte seinen Ferrari mit einem Motorschaden am Streckenrand ab und Jolyon Palmer fuhr mit einem Hydraulikdefekt in die Boxengasse, wo er aus dem Fahrzeug ausstieg. Rosberg startete gut und übernahm die Führung, dahinter kam es zu einer Kollision zwischen Hamilton und dem sehr gut gestarteten Bottas. Hamilton fiel auf Rang 9 zurück, an seinem Fahrzeug wurden bei dem Unfall Frontflügel und Unterboden beschädigt. Nach dem Rennen stellte sich zudem heraus, dass auch das Getriebe beschädigt wurde. Auch Bottas und der unmittelbar hinter diesen fahrende Daniel Ricciardo erlitten dabei Beschädigungen an ihren Frontflügeln, fuhren jedoch damit weiter. Auch dahinter kam es zu einer Kollision. Hülkenberg fuhr auf Grogin auf und musste sich daher am Ende der ersten Runde eine neue Fahrzeugnase montieren lassen. In der zweiten Runde kam es beim Anbremsen der ersten Kurve bei einem Angriff von Perez auf Carlos Sainz Jr. Zu einer Berührung, dabei beschädigte sich Perez ebenfalls den Frontflügel und musste diesen am Ende der Runde wechseln lassen. Sainz erlitt einen Reifenschaden und fiel weit zurück, da er zunächst die komplette Runde langsam fahren musste. Hamilton überholte unterdessen mehrere Piloten und arbeitete sich zunächst auf den sechsten Platz vor. Rossberg führte zu diesem Zeitpunkt vor Felipe Massa, Bottas, Ricciardo, Reikön, Hamilton, Grogin und Verstappen. In der fünften Runde überholte Reikön Ricciardo, der nach einem Verbremser bereits am Ende dieser Runde zum Reifenwechsel an die Box fuhr. Reikön ging anschließend auch an Bottas vorbei. Button rollte mit einem Defekt am S. am Streckenrand aus. In der achten Runde überholte auch Hamilton Bottas, der kurz darauf zum Reifenwechsel an die Box fuhr. Hamilton verlor eine Runde später ein Fahrzeugteil seines Unterbodens, das sich beim Unfall in der ersten Runde gelöst hatte. Der nun hinter ihm fahrende Romain Grogin überfuhr das Teil, erlitt dabei aber keine Beschädigung seines Wagens. In der gleichen Runde wurde eine Durchfahrtstrafe gegen Bottas ausgesprochen. Da die Rennkommissare ihm die Schuld für die Kollision mit Hamilton in der ersten Runde gaben. Esteban Gutierrez gab zu diesem Zeitpunkt das Rennen mit einem Bremsdefekt auf. In der elften Runde fuhr Verstappen zum Reifenwechsel an die Box, eine Runde später Grogin, der vor Verstappen blieb. Beide entschieden sich erneut für die Supersoft. Van Don ging unterdessen an beiden Vores India-Piloten vorbei. In der 13. Runde kam Ray Köhlen an die Box und wechselte auf die Soft-Reifen. Er kam unmittelbar hinter Ricciardo und Massa auf die Strecke zurück, überholte beide jedoch innerhalb einer Runde. Eine Runde später kamen auch Rosberg und Hamilton an die Box, Rosberg wechselte ebenfalls auf Soft, Hamilton auf Medium. Ray Köhlen überholte Caveillard und fuhr die bis dahin schnellste Rennrunde. Auch Hamilton überholte eine Runde später zunächst Massa und dann Caveillard. Rosberg führte zu diesem Zeitpunkt vor Ray Köhlen, Ricciardo, Hamilton, Caveillard, Massa, Grogin und Verstappen. In Runde 17 kam es erneut zu zwei Überholmanövern, Hamilton überholte Ricciardo und Grogin Massa. Caveillard fuhr zum Reifenwechsel an die Box. Auch Verstappen ging kurz darauf an Massa vorbei. Im Mittelfeld gab es eine Gruppe von Fahrern, die um Platz 10 kämpften. Ericsson, Felipe Nasser, Pascal Wehrlein und der nach seinem Boxenstopp stark aufholende Caveillard, der innerhalb von zwei Runden alle drei übrigen Piloten hinter sich ließ und somit auf dem zehnten Rang lag. Grogin überholte in Runde 24 Ricciardo, der unmittelbar darauf zum Reifenwechsel fuhr und anschließend hinter Caveillard, Ericsson und Bottas lag. Alle drei jedoch wieder überholte. Ray Köhlen und Hamilton fuhren zum Reifenwechsel an die Box, beide ließen wieder super soft montieren, genau wie Grogin eine Runde später. Ricciardo fuhr die bis dahin schnellste Runde des Rennens und ging an Massa vorbei. Grogin und Verstappen überholten beide Bottons. Beide Williams-Piloten fuhren zu diesem Zeitpunkt die Medium-Reifen und konnten mit den Rundenzeiten der anderen Piloten in den Top 10 nicht mithalten. Dennoch wechselte Massa in Runde 30 erneut auf einen Satz der Medium. Der Spitzenreiter Rosberg wechselte, genau wie seine unmittelbaren Verfolger Ray Köhlen und Hamilton, wieder auf super soft. Hamilton fuhr die bis dahin schnellste Runde des Rennens und verkürzte den Rückstand auf Ray Köhlen. Sainz gab das Rennen mit einem technischen Defekt an der Box auf. Grogin überholte unterdessen KW Yacht. In Runde 38 kam Ray Köhlen zum letzten planmäßigen Boxenstopp, er wechselte auf soft. Zwei Runden später fuhren auch Rosberg, Hamilton und Grogin an die Box, alle mit der gleichen Reifenwahl. Rosberg fuhr nach seinem Boxenstopp die schnellste Runde des Rennens und konnte den Abstand auf Ray Köhlen weiter vergrößern. Bei Red Bull entschied man sich für eine andere Taktik, Ricciardo wechselte in Runde 43 auf Medium. Sein Teamkollege KW Yacht in Runde 45 auf Supersoft. Grogin schloss mit seinen frischeren Reifen auf Massa auf und überholte ihn in Runde 46. Kurz darauf ging Fairstappen zum letzten Reifenwechsel an. Die Box. Damit hatten alle Fahrer unter den ersten zehn ihre Reifenwechsel vorgenommen. Die Williams-Piloten fuhren zu diesem Zeitpunkt erneut deutlich langsamere Rundenzeiten als die übrigen Piloten auf den Punkt hängen. KW Yacht überholte in Runde 50 Bottas, Fairstappen in Runde 52 Massa. Anschließend schloss Fairstappen auf Grogin auf der jedoch einen knappen Vorsprung ins Ziel rettete. KW Yacht überholte in der letzten Runde noch Massa und übernahm somit den siebten Platz. Rosberg gewann das Rennen vor Rheekön und Hamilton. Es war der zweite Saisonsieg im zweiten Rennen für Rosberg. Saisonübergreifend war es der fünfte Sieg für Rosberg in Folge und der achte Sieg für einen Mercedes-Fahrer. Rheekön erreichte den ersten Podestplatz seit dem großen Preis von Abu Dhabi 2015. Es war bereits sein achter Podestplatz beim großen Preis von Bahrain, den er jedoch noch nie gewinnen konnte. Die weiteren Punkteplatzierungen belegten Ricciardo, Grogin, Fairstappen, KW Yacht, Massa, Bottas und Vandorn. Vandorn erreichte somit in seinem ersten Grand Prix den ersten Punkt. In der Fahrerwertung baute Rosberg seinen Vorsprung auf Hamilton aus Ricciardo lag nun auf dem dritten Rang. In der Konstrukteurswertung lag Mercedes nun mit deutlichem Vorsprung vor Ferrari, neuer dritter war Red Bull. WM-Stände nach dem Rennen. Die ersten 10 des Rennens bekamen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt.